Markus, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Du bist vom VfL Osnabrück zum SC Preußen Münster in diesem Sommer gewechselt. Das heißt, vom einen Lokalrivalen zum anderen. Wie kommen wir auf so einen Schritt, was zu so einem Schritt, was hat dich dazu bewogen? Ja, in Osnabrück, die Situation, die war nicht einfach. Wir hatten keinen Trainer, wir hatten, viele Spieler wollten weg, weil die finanzielle Situation auch nicht so einfach war. Und außerdem wollte ich nicht so weit weg, weil meine Familie aus Lippstadt kommt, meine Freundin aus Düsseldorf. Deswegen wollte ich hier in der Umgebung bleiben. Und ja, da kam das Angebot von den Preußen, die meiner Meinung nach eine letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, sportlich gesehen auch vom Team her eine gute Mannschaft haben. Und ich mich halt dann dazu entschieden habe, hier zu unterschreiben. Nun ist ja der Saisonstart nicht so besonders glücklich verlaufen. Woran könnte das gelegen haben nach eigentlich gutem Start mit dem Pokalsieg gegen St. Pauli? Ja, es ist schwer zu sagen. Wir sind gut gestartet in die Saison, dann sind wir in so ein kleines Loch gefallen. Dann ist es schwer, weil jeder einzelne Spieler dann auch mit sich selber beschäftigt ist. Das Selbstbewusstsein ist nicht so hoch. Dann ist es halt nicht so einfach, dann aus so einem Negativlauf rauszukommen. Ich denke, jetzt in den letzten Spielen haben wir gezeigt, dass wir eine enorme Qualität in der Mannschaft haben. Und wir müssen halt versuchen, jetzt von Spiel zu Spiel zu denken und versuchen, jedes Spiel bei Null anzugehen, Vollgas zu geben und dann schauen wir, was am Ende dabei rumkommt. War auch vielleicht der Trainerwechsel so ein Grund, dass es jetzt vielleicht auch wieder besser läuft? Natürlich ist es immer ein Trainerwechsel. Es ist eine neue Situation für das Team. Jeder will sich zeigen, dass im Training Gas gegeben wird. Es kann natürlich sein, dass so ein Trainereffekt dann uns hilft, so wie es jetzt im Moment auch passiert. Es muss nicht sein, aber ich denke schon, dass es jetzt hier in dem Fall was gebracht hat. Und das Spiel gegen den VfL Osnabrück? War es so als Ex-Osnabrücker an der Bremer Brücke, hitzige Atmosphäre, Derby? War es ein besonderes Spiel für dich? Ja, es war sicherlich ein besonderes Spiel. Wir wurden natürlich nicht so schön empfangen, der Geiter und ich, aber das gehört im Fußball dazu. Es ist normal, dass die Fans da untereinander, gerade Münster, Osnabrück, da einen Hass untereinander haben. Aber als Sportler musst du das ausschalten können. Es war ein besonderes Spiel. Ich hätte das Spiel gerne gewonnen. So war es nur ein Punkt, aber ich denke, dort haben wir uns auch schon sehr, sehr gut präsentiert. Ist es überhaupt möglich, so einen Wechsel als Spieler zu vollziehen, ohne irgendwie das angespannte Verhältnis der Klubs direkt zu spüren zu bekommen? Auf ihrer Fanpage gab es ja auch massive Anfeindungen. Ja gut, das gehört dazu. Das war mir klar. Das wusste ich vorher, wenn du diesen Wechsel machst, dass es dann nicht einfach wird für dich. Gerade weil ich in Osnabrück letzte Saison auch eine gute Saison gespielt habe. Und natürlich die Fans dann sehr, sehr sauer sind, wenn du gerade zu den Preußen wechselst. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, du musst als Profi das ausschalten können. Ich nehme es so hin. Ich versuche weiter Gas zu geben und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rumkommt. In Münster wurden Sie ja doch vom Preußen-Anhang recht positiv begrüßt. Hattest du das erwartet? Ich muss ehrlich sagen, nein. Ich habe das nicht erwartet, weil, wie gesagt, ich von Osnabrück nach Münster komme, dachte ich erst, okay, das wird auch schwer für mich hier dann. Aber es war sofort von der ersten Minute an eine sehr, sehr positive Stimmung. Wurde sehr gut empfangen von den Fans, auch von der Mannschaft und allem drumherum. Und das gibt dir natürlich dann Kraft auch für die weitere Zukunft. Wie gefällt dir denn Münster so als Stadt? Wir haben gehört, dass du erst noch so gependelt bist zwischen Osnabrück und da noch eine Wohnung hattest. Lebst du mittlerweile hier schon in Münster, hast du eine Wohnung gefunden und gefällt dir die Stadt? Ja, ich bin am Anfang gependelt, weil ich meine Wohnung ein bisschen spät gekündigt habe. Da musste ich ein bisschen warten. Deswegen bin ich einen Monat gependelt, dann bin ich hier hingezogen. Und ja, die Stadt ist schön. Also man kann gegen Münster nichts sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich mich sehr, sehr wohlfühle hier und genieße halt jeden Tag und arbeite jeden Tag, dass wir halt auch als Team dann auch am Ende vorankommen. In Dortmund ausgebildet bei Borussia, kam vom SV Lippstadt, hatten nach ihrem Weggang von Dortmund in vier Jahren vier Vereine. Preußen ist jetzt der vierte Verein. Wie würdest du diese Zeit beschreiben? Ja, die Zeit war natürlich schön bei vier verschiedenen Vereinen. Du nimmst aber natürlich bei jedem Verein irgendwas anderes mit. Mein Ziel ist es ganz klar, in der nächsten Zeit nach oben zu kommen, weil ich denke, deswegen spielst du Fußball. Und alle vier Vereine, bei denen ich jetzt in den letzten Jahren war, die haben mir sehr, sehr geholfen. Vor allem Borussia Dortmund, da wurde ich ausgebildet. Da habe ich meine Ausbildung genossen, die haben mich sehr, sehr viel weitergebracht. Ja, und jetzt versuche ich halt, wie gesagt, Gas zu geben. Ja, jedes Jahr und jedes Spiel, jede Trainingseinheit, um halt weiterzukommen und um meine Ziele zu erreichen. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich für das Interview. Viel Erfolg noch für die Saison. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020